Das war sehr spannend. Ich habe zuerst gedacht, boah, wie ist das nach 25 Jahren ständig im Fernsehen sein? Fühle ich mich danach komplett lost? Fühle ich mich danach unwichtig? Wie fühle ich mich danach? Und das schönste Gefühl der Welt für mich war festzustellen, so die Augen zu öffnen und zu denken, hey, das ist okay, ich brauche das nicht. Ich brauche die Öffentlichkeit nicht, um mich gut zu fühlen. Und das war für mich eine unglaublich beruhigende Erkenntnis.